So, heute haben wir uns gematcht, gell? Richtig schöne Schuhe hast du an mir. Ja! Ja! Wir gönnen jetzt uns als allererstes einen Kaffee. Und dann laufen wir den ganzen Walk of Fame auf. Ich habe einfach das süßeste Kübel der Welt. Es ist einfach die Hölle los. Wir denken auch schon wieder nicht nach Samstag und Walk of Fame. Auf jeden Fall sind wir gerade in einem Souvenirladen. Und ich suche hier auch für mich einen neuen Schlüsselanhänger. Und schaut mal, was ich gefunden habe. Ja, zeig mal. Es gibt hier einfach so viel Gruscht, Leute. Der ganze Laden hier ist voll damit. Was ist denn Rubik's? Ich bin bereit für heute. Ich bin bereit für heute. Paulstud. generally lieb. und es ist das für heute. Gut. Es ist alles so ein Problem. Ich bin bereit für heute. Vielen Dank! Ich bin bereit für heute. Ich bin bereit für heute. Sie willİR! ourselves Красite! 次 … Yes! R-N Brussels the rules! It is полностью. I don't urge you for now! Nicht, I will Эt to do likewise. million and we knowor hotelu. Untertitelung des ZDF, 2020 Also das ist das Coco Dream Face Night Serum, was ich jetzt am Ende benutzt habe. Das ist neu bei Hello Body, kann ich euch wirklich empfehlen. Und welche Produkte auch noch so meine Favoriten sind und gut sind für den Abend und für die Pflege der Haut, ist auf jeden Fall dieses Coco. Ja, Hello Body hat auch sehr viele Gesichtsmasken. Die hier ist gerade meine absolute Lieblingsmaske. Und dieses Öl, das ist auch so ein Must-Have, das benutze ich ganz oft. Also auch jeden Morgen und auch gerne mal am Abend. Ich habe euch übrigens direkt einen Code besorgen können und zwar 20% auf alles mit Sarah, nur hier. Also wenn ihr Nachschub braucht, alles mal probieren wollt, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Und ihr bekommt übrigens bei jeder Bestellung so einen Konjak-Schwamm. Hallöchen! Hi! Ja, wir sind jetzt hier im Hausgang, weil wir bekommen Besuch. Und ihr könnt drei mal raten, wer angereist ist gestern. Und schon wieder sind wir im Partner-Lobby. Ja, wir sind jetzt hier im National. Untertitelung des ZDF, 2020